Musik Tatsächlich ist die Verhäufung schon ein Hinweis darauf, dass sich der Klimawandel, den wir ja in der Temperatur schon ganz eindeutig sehen in Deutschland, dass der sich jetzt auch im Niederschlagsgeschehen manifestiert. Musik Starkregen kann jeden treffen, insbesondere die ganz schweren Unwetter sind deutschlandweit überall etwa gleichwahrscheinlich. Musik Im Moment sind 59 Prozent aller Häuser in Deutschland nicht hinreichend gegen die erweiterten Naturgefahren, wie etwa Starkregen und Hochwasser versichert. Das ist angesichts der zunehmenden Extremwetterereignisse eine besorgniserregende Zahl. Musik 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 Musik